Musik Wir wollen im Wahljahr 2014 erfolgreich sein. Deshalb liegt ein hartes Stück Arbeit vor der Thüringer NPD. Heute haben wir den neuen Landesvorstand hier in Eisenach konstituiert. Wir haben die verschiedenen Aufgaben und Referate unter den Landesvorstandsmitgliedern detailliert aufgeteilt. Und wir haben beschlossen, eine Programmkommission und eine Wahlkampfkommission zu bilden, die die Aufgaben haben werden, die kommenden Herausforderungen, die kommenden Wahlen inhaltlich, organisatorisch, strategisch vorzubereiten. Aufgrund einer verlogenen Kriminalisierungskampagne gegen die NPD wird der Gegenwind immer rauer. Aber er bleibt trotzdem wirkungslos. Wir bleiben auf Kurs. Wir setzen unsere Offensive fort. Wir nehmen Kurs auf das Wahljahr 2014. Alle Patrioten und heimatliebenden Menschen Thürings rufen wir auf, sich in die NPD einzubringen, sich für die NPD zu engagieren. Wir zählen auf sie. Vielen Dank. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020